Grüß dich, der Rimo Anker ist wieder unterwegs und heute haben wir euch eine ganz spezielle, schöne Perle zum Vorstellen. Eine Perle am Brienzeusee in Iseltwald. Iseltwald ist das einzige Dorf auf der linken Seite des Brienzeusees und wir nennen das die Perle am Brienzeusee. Jetzt sind wir hier unter dem See, das Schiff kommt auch in jedem Moment, aber jetzt gehen wir zuerst mal an die Wohnung. Schauen wir die Wohnung anschauen, kommen mit. 1 2 3 4 5 5 6 Musik Das Fantastische in dieser Gegend, Isseltwald, ist wirklich ein Paradies für mich, wenn man denkt, dass Touristen tausende Kilometer fahren, um an Giesbachfell zu kommen. Diese Energie kamen in die gekrönten Häupter schon vor 200 Jahren hierher und ist das eigentlich weltbekannt worden. Giesbachfell, die irgendwie hunderte Meter runterfallen und dann die Sicht auf den Priensensee, ist etwas ganz Fantastisches. Und das könnte schon in kurzer Zeit, oder kurz oder lang, könnte es euer eigenes Heim sein da hier. Und kommt doch vorbei im Anker, wir würden euch sehr gerne vorstellen. Wir sind herzlich eingeladen, um alles wahrzuschauen. Musik 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 Musik